Klimmzüge. Die Klimmzüge sind dazu da, um eure Rückenmuskulatur zu stärken und auch um euren Rumpf zu stärken. Gleichzeitig würde die Fähigkeit, Klimmzüge zu absolvieren bzw. da kräftig zu sein, mit einer besseren Sprint-Performance in Verbindung gebracht, was daran liegt, dass wenn man viele Klimmzüge schafft, dass man insgesamt relativ gesehen zu seinem Körpergewicht eine hohe Kraft besitzt. Wichtig ist bei der Ausführung, dass die Beine vorne bleiben, dass ihr immer eine neutrale Wirbelsäulenposition habt und nicht eben die Beine über Kreuz und nach hinten nehmt, sodass ihr ins Hohlkreuz fällt. Und dann stellt euch einfach vor, sobald ihr die Stange gegriffen habt, dass ihr die Stange von oben abreißen wollt, einfach runterreißen wollt. Vielen Dank!